Simon Söderlund, der junge Schwede. Und dieses Spiel gibt es komplett vom ersten zum letzten Ballwechsel als Stativaufnahme. Hier läuft die Kamera im Hintergrund der aktuelle, die aktuelle Nummer eins in Bayern in seiner Altenstadt. Dann sein. Also, alle Videos und auch das hier als Stativaufnahme-Komplex auf YouTube. Reinhard Steinbrecher, Hüperstein gegen Mainz 2018. Applaus